Hallo Internet! Was ist AMK? AMK ist eine Abkürzung. Die Abkürzung AMK steht für Amina Koyayim. Es ist ein türkischer Begriff. Wenn die Aussprache jetzt nicht richtig war, liegt es daran, dass ich kein türkisch kann. Es ist eine sehr schlimme Beleidigung und bedeutet so viel wie Fick dich oder ich stecke ihn dir rein. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber so in etwa ist die Übersetzung. Wenn das also jemand zu dir sagt, dann ist das nichts Nettes und nichts Freundliches. Es ist aber auch gleichzusetzen mit Fack, Scheiße, Mist! Meistens wird der Ausdruck von Männern gebraucht, vermutlich von Schwerpubertierenden. AMK ist wie gesagt eine Abkürzung. Wie wird es verwendet? Oftmals in Slang Sprache. AMK Alter du bist nicht ganz dicht Mann. Die Rechtschreibfehler sind hier gewollt, da es in der Lautsprache notiert wurde. Fremdwort.de Wir helfen dir. Hilf du uns mit deinem Like.